Herzlich Willkommen zu Gladiators TV oder Gladiators TV, wenn wir es auf Bayerisch warst mittlerweile. Ich darf hier recht herzlich begrüßen an meiner Seite hier von meiner Linken hinüber, erst einmal Florian Engel, Maxi Hallmeier und Felix Kürten. Felix ist Verteidiger, Maxi und der Flo sind Stürmer. Drei Gladiatoren, drei Gladiators, die ganz einen unterschiedlichen Werdegang haben. Aber ich würde sagen, jetzt stellt es euch erst einmal vor, erzählst einmal ein bisschen was von euch, beziehungsweise erst einmal von eurer Eishockey-Karriere. Flo, wie ist das bei dir losgegangen mit dem Eishockey? Wann hast du angefangen, in welchem Alter und wie bist du zum Eishockey überhaupt gekommen? Also wie ich wirklich zum Eishockey gekommen bin, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, dass ich mir die Spiele irgendwann die ganze Zeit angeschaut habe und irgendwann ging es dann los auf dem See, im Gärmeringer See. Mit drei Jahren, glaube ich, stand ich das erste Mal auf Schlittschuhen und dann mit fünf Jahren bin ich dann in den Verein gegangen, zum Gärmeringer SV und ja und dann hat sich das halt so hingezogen. Dann bin ich über die Station Landsberg auf Bayern und Bad Tölz dann hier in Erding gelandet. Und das waren die Spiele, die du angesehen hast, waren Gärmering oder war das in München mehr? Ne, das war eigentlich immer Gärmering, soweit ich mich erinnern kann. Da war Gärmering noch recht erfolgreich. Eltern oder nur Vater oder wie war das damals? Wer hat die mitgenommen da ins Eishockey? Wer war dahinter? Eigentlich eher mein Dad. Also meine Mutter war zwar auch öfter dabei, aber ja, war mein Vater der Begeisterte. Ja, Maxi, bei dir, glaube ich, ja, die ganze Familie, sportverrückt, positiv sportverrückt. Wenn ich so sagen kann, wie war das bei dir? Ja, bei mir haben eigentlich alle meine Spätzchen im Kindergarten angefangen zum Eishockey spielen und dann bin ich halt auch dazugekommen im Endeffekt. Ja, haben halt dann angefangen und dann war ich beim Herrn Huber in der Lauflernschule. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Es war, ich glaube, mit fünf Jahren oder sechs Jahren, also relativ normal eigentlich oder sogar spät. Ja, dann war ich erstmal Torwart, dann bin ich raus und jetzt bin ich da als Spieler. Und deine zwei Brüder spielen auch noch im Nachwuchs in Erding? Ja, genau, die haben da auch angefangen. Mittlerweile spielt der Gräserne von den zwei kleinen Brüdern im Klostersee und der Kleine spielt in Erding. Ja, Felix, und du, auch deine Anfänge in Erding? Ja, bei der Lauflernschule beim Peter Semmler, weil dann hatte ich auch noch einen Hans Huber, habe auch mit drei angefangen wie der Flo. Ich bin beim älteren Schülerjahrgang dann nach Landshut gegangen irgendwann und dann jetzt wieder zurückkehren wir die Saison nach Erding. Ja, du hast es jetzt etwas gerafft, das Ganze. Man muss dazu sagen, du hast im älteren Schülerjahrgang, du bist damals runtergegangen nach Landshut und gleich auf Anhieb Deutscher Meister geworden. Ja. Wie war das damals? Erzähl ein bisschen was von der Endrunde. Na, es war ein bisschen überraschend. Also wir haben die ersten Spiele, also damals war es so, dass Mannheim große Töne gesprochen hat und gesagt, ja, wir hauen alles weg und keine Probleme und dann haben sie das Spiel gegen uns verloren. War für uns damals schon fast wieder Gewinn der Deutschen Meisterschaft und dann haben wir ohne Niederlage die Endrunde durchgespielt und sind Meister geworden. Das war aber noch nicht alles bei dir. Du bist ja dann in die DNL aufgerückt bei Landshut und da gab es jetzt ja, vergangenes Jahr, den absoluten Höhepunkt. Ja, da waren wir drei Spieltage vor Schluss, glaube ich, noch auf dem letzten Platz und haben dann alles seitdem gewonnen. Wir haben dann Mannheim in der ersten Runde rausgekauen. Sind wir schon wieder bei Mannheim? Wieder Mannheim. Den ersten, man muss sagen, ihr wart als Achter. Wir waren Achter. Wer sich ein bisschen auskennt in der Playoff, also gehen wir davon aus, dass nicht alle das Kenner sind, weil da spielen die ersten acht die Playoff, der Erste gegen achten, zweiter, siebten, dritten, sechsten, vierten, fünften und so weiter und ihr als Achter wart es ja, also größere Außenseiter als gegen Mannheim kommen wir eigentlich nicht. Ja, haben wir überraschend die rausgehauen. Krefeld haben wir dann 3-0 weggeputzt und dann haben wir ein Rennspiel gegen Rosenheim gehabt und dann, ja, sind wir Deutscher Meister geworden. Im Finaltyschießen. Ja, im Finaltyschießen hat der Buschi dann das letzte Tor gemacht und dann sind wir Deutscher Meister gewesen. Und wie waren die Feierlichkeiten dann? Auf dem Eis sehr groß, in der Kabine sehr groß und am Abend dann in Landshut an noch ziemlich. Also, war grob. Maxi, was war denn dein größtes Erlebnis im Nachwuchsbereich jetzt einmal? Ja, damals, wenn wir mit der Jugend auf der deutschen Meisterschaft Dritter waren sind, auf jeden Fall. Mit wem warst du in der Endrunde? Mit Iserlohn, Essen und Ringsburg waren noch dabei, ja. Und euer Trainer damals? Das war der Markus. Markus Knallinger. Ja, habe ich jetzt schon das fünfte Jahr, glaube ich. Bringst nicht mehr los. Nein. Flo, bei dir Nachwuchs. Was waren deine Highlights oder Höhepunkte? Du bist ja auch ein Nachwuchsnationalspieler gewesen. Ja, das zähle ich jetzt auch mal mit dazu. Also, U18 war AWM in Russland. Das war ein tolles Erlebnis. Wir sind auch Fünfter geworden. Sehr überraschend eigentlich. Und U20 war dann, war zwar die BWM, da sind wir dann wieder aufgestiegen, aber war trotzdem ganz toll. U18 AWM, das sind ja immer da, wo die ganzen Scouts unterwegs sind. Und das ist eigentlich diese, ja, diese Weltmeisterschaft sagt man immer, da geht es dann los. Erstens spürt man das oder merkt man das oder werden dann gesagt, du, das ist der Scout, das ist der Scout, kriegt man da irgendwas mit? Also, ich glaube, als Deutscher kriegt man da nicht so viel mit. Also, es sind, glaube ich, eher, die Scouts schauen eher so auf die Länder wie Kanada, USA, Schweden, sowas. Aber, gut, bei uns Deutschen haben sie natürlich auch ein paar angeschaut, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt da dazu gezählt habe. Also, ich war eher unauffällig. Nee, eigentlich nicht. Es standen zwar draußen manchmal ein paar Scouts rum, die ein paar Spieler angesprochen haben es, aber es waren, wie gesagt, eher dann die Kanadier oder so. Also, Deutsche wurden da eher weniger angesprochen. Felix, U20, auch ein Thema. Du bist ja, oder fangen wir andersrum an. Du hast ja aus beruflichen Gründen nicht mehr in Landshut spielen können. Wie hat sich das verhalten? Du wärst ja jetzt der ältere oder der älteste DNL-Jahrgang. Ja, richtig. Also, ich wäre jetzt der älteste Jahrgang in der DNL gewesen und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Wir sind von der Arbeit her nach einem Städten gezogen, vom Flughafen selber. Und die Fahrzeit dann jedes Mal nach Landshut, wenn es bis um fünf, halb sechs arbeiten muss, das dann nicht zu schaffen und dann in Sommertraining zu gehen fünfmal die Woche. Das ist nicht möglich. Und dann habe ich den Schritt halt nach Erding wieder gemacht. Und dann wart ihr zwei eigentlich, Maxi und du hast es geheißen, 1B U24 erst mal und wart ihr beide eigentlich fest im Kader, in der Kabine drin. Und dann seid ihr befördert worden, kann man sagen. Maxi, wie war das? Es war eigentlich relativ überraschend, sage ich mal. Dadurch, dass sich der Pötzl Markus schon am Anfang der Saison verletzt hat, ist natürlich da Platz frei geworden für mich. Das hat natürlich mir in die Karten gespielt. Ja, wie gesagt, so war es. Und Felix, bei dir war es ja auch so, plötzlich war Verteidigernotstand. Ja, ich habe eine Chance gehabt und ich habe versucht, sie irgendwie zu nutzen. Und ja, schauen wir mal, was es nach dieser Saison so bringt dann im Endeffekt. Und bei dir war es ja so, dass du jetzt auch wieder, oder auch was heißt wieder, dass du dann plötzlich im Fokus der U20 warst. Der Bundestrainer Ernst Höfner war da, hat dich beobachtet, was du nicht wusstest, was dir keiner gesagt hat. Ja, war auch ganz gut so, glaube ich. Ich weiß, wie sie draußen gesagt haben, du, der Höfner Ernst ist da, den müssen wir jetzt begrüßen. Und alle haben es gesagt, der Trainer, und dann gesagt, ja nicht, ja nicht, weil sonst kriegt das auch noch mit und dann machen wir den Buben bloß verrückt. Also es war in der Tat besser, dass du es nicht gewusst hast. Auf jeden Fall. Und da hast du dann die Einladung gekriegt jetzt zum Camp oder wie sagt man da, zum Heergang? Ja, das war Stützpunkt-Training, sage ich jetzt einmal, in Dates war das. Und das hat so ausgesehen, dass wir die gesamte Trainingszeit Überzahl und Unterzahl gemacht haben, weil gesagt wird halt, dass in den Vereinen die jungen Spieler wenig Chancen bekommen, Überzahl und Unterzahl zu spielen. Und das wird dann da trainiert. Und dann hat sich auch im Laufe der Woche dann auch entschieden, wer mit ins Schweiz fährt. Bin ich dann auf Abruf gewesen. Das ist auch keine Schande. Nein, absolut nicht. Nein, also, ja. Du bist ja noch auf Abruf. Kann ja noch was. Ja gut, die fahren jetzt, die fahren jetzt morgen früh, also ich denke nicht, dass sich jetzt noch was ändern wird, aber das machen wir nicht zumindest. Seid ihr da mal nicht so sicher? Hast du da Erfahrung? Ja, mit dem Ernst, da, ab und zu ruft er mitten in der Nacht an. Da muss der nächsten Tag dastehen. Im Ernst. Ja, so muss das sein. Aber du hast das immer als Ehre empfunden, das Nationaltrikot zu tragen. Ja, klar. Das ist wohl das allergrößte überhaupt. Hast du noch irgendein Souvenir von der WM U18? Ja, das Trikot halt. Also das Trikot habe ich und ja, hier, das T-Shirt. Genau. Aus Russland, ja. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nicht viel bekommen. Gibt es da noch Kontakte? Ich meine, damals hat es, damals ist es gut gesagt, das ist jetzt zwei Jahre her, drei Jahre, 2008 hat es gesagt, 2008, da hat es ja noch kein Facebook gegeben. Haben wir trotzdem noch Kontakte irgendwie zu Mitspielern oder auch zu Gegenspielern? Ja, also zu Gegenspielern eher weniger. Also zu Mitspielern schon. Dadurch, dass es halt Facebook immer mehr gekommen ist und man die halt doch irgendwie dann als Freunde dann hat, ab und zu schreibt man dann schon mal miteinander. Aber mit Gegenspielern eher ja eigentlich weniger. Ja, also gibt es keine länderübergreifenden Kontakte? Ja, nicht, nicht. Felix, zu deinen ehemaligen Landshuter-Mitstreitern, gibt es da noch gute Kontakte? Das heißt gut, man sieht sie halt, die schauen ab und zu bei uns zu. Also die gebürtigen Erdinger selber schauen manchmal zu und redet man halt ein bisschen. Und jetzt im DEB habe ich ein, zwei Leute wieder gesehen, die ich halt noch von früher kannte. Und ansonsten, wenn man da am Abend mal weg ist, dann sieht man auch mal jemanden, den man kennt. Also im Endeffekt ab und zu halt. Und ein Wiedersehen hast du ja gefeiert mit Manuel Kindl. Ja, das war ganz gut. Der ja gebürtiger Augsburger ist und dann mit dir in den Landshut gespielt hat und der hat einen Vertrag gekriegt, einen Drei-Jahres-Vertrag beim DL-Verein in Augsburg. Ist man da, freut man sich da mit seinem Kollegen oder ist man dann eher traurig, dass man selber nicht jetzt in der DL spielen darf? Oder wie ist das eigentlich? Na, man freut sich auf jeden Fall. Also man hat es ja erst irgendwie ganz am Ende der Saison mitbekommen, beziehungsweise erst am Anfang der nächsten Saison. Und dann freut man sich natürlich. Ich meine, wenn man die Saison mit einem zusammenspielt, dann kennt man den anderen recht gut. Und dann sagt man nicht, ja warum spielt der DL und nicht der FNED. Also das ist auf jeden Fall, da freut man sich auf jeden Fall für den anderen. Das ist ganz klar. Auch wenn die Jungs zum Beispiel nach Amerika rübergehen, freut man sich auch für die, dass die jetzt Sprung geschafft haben. Und der Manuel ist jetzt als Förderlizenzspieler hier in Erding und ist sicher recht lustig, das Ganze. Ja, wie schaut es bei dir aus Flo, auch noch Kontakt zu alten Mitspielern, die jetzt höherklassig erspulen, DL oder Zweite Liga, gibt es ja sicher auch welche? Nein, also die meisten Kontakte habe ich eigentlich zu den Tölzern. Und ansonsten, so kenne ich vom Inline-Hockey her halt ein paar Leute, wie jetzt zum Beispiel Mengedanian, mit dem bin ich ziemlich gut befreundet. Der spielt halt jetzt Zweite Bundesliga. Aber jetzt so spontan fällt mir eigentlich keiner ein aus der DL jetzt. Ja, du bist genau, du bist der deutsche Meister im Inline-Hockey. Mehrmaliger. Mehrmaliger, genau. Ferdinand Zink und du, die Stützen des Teams. Ja. Vielleicht, ich weiß ja, wie alles mitspielt, aber erzähl doch einmal, welche namhaften Spieler bei euch im Team stehen. Ja, also ein Greilinger spielt mit, dann der Michael Wolf, ein Reimer, Patrick haben wir, ne, Patrick nicht, wer ist der? Jochen. Jochen Reimer, den haben wir noch dabei. Ja gut, es kommt aber jetzt auch nicht immer darauf an, ob die jetzt im Eishockey gut sind, man muss halt im Inline-Hockey, das ist wieder eine ganz andere Sparte. Da ist auch so einer wie der Wichert, der jetzt in der DL eigentlich nicht so die Führungsrolle hat, ist halt im Inline-Hockey dann auch ziemlich stark. Und solche Personen brauchst du halt auch. Und wenn du wechselst zu den Crowns, zu den Ehrling-Crowns jetzt, dann ist das schon, bleibt dann da schon Vertragsverhandlungen? Das versucht der Danny die ganze Zeit irgendwie einzufählen, aber ich bleibe im Kernbring, das steht schon auf. Das kann man mehr verdienen, gell, wenn ich ehrlich bin. Maxi, wie schaut es bei dir Inline-mäßig aus? Bist du da irgendwie, hast du Ambitionen oder? Ja, bis jetzt, letztes Jahr habe ich halt bei die Birke-Fels mit gespielt und so und schauen wir mal, was heuer im Sommer wird, das sieht man dann, was mich da inspiriert. Aber es macht Spaß, oder? Ja, das auf jeden Fall. Dir auch, nehme ich an, oder Flo? Ja. Felix, du Inline? Absoluter Neuling. Also, nächstes Jahr werde ich, glaube ich, mal den Schritt aufs Parkett wagen, aber keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ja, ich glaube, von der Körpergröße her, könnte ich mir vorstellen, dass die kleineren Spieler beim Inline einen Vorteil haben, oder? Ich bin jetzt da, also ich bin total allein vom aktiven Spiel her. Also, Vorteil hat der, der Inline fahren kann und bremsen, das ist schon mal das Wichtigste. Bremsen habe ich gehört, ist ganz anders, ja. Also, das ist der große Unterschied. Und kein Körperkontakt. Die Erfahrungen sind im ersten Oberliga-Jahr. Ja, war eigentlich ganz gut, was ich halt finde, in der Oberliga, du hast halt viel weniger Zeit, das kann man mit der Bezirksliga gar nicht vergleichen, weil ich habe ja letztes Jahr im Endeffekt nur Bezirksliga gespielt. Ich sage mal so, die Bezirksliga letztes Jahr war eigentlich relativ schwach, dadurch, dass wir den Danny und so auch noch gehabt haben, haben wir im Endeffekt fast alles weggeschossen. So eine Spiel, da gegen Regen, in Regen ist halt unglücklich klaffer, aber es war eigentlich relativ leicht, sage ich mal. Und heuer in der Oberliga ist halt etwas ganz anderes, wenn du da nicht aufpasst, dann kriegst du gleich einen Check, dass es aus ist im Endeffekt. Und was passiert halt in der Bezirksliga gar nicht. Da schmunzelt der Experte. Du hast ja schon Oberliga-Erfahrung aus deiner Tölzer Zeit. Bist dann wieder zurück in die Bayernliga, aus beruflichen Gründen, jetzt wieder, mehr oder weniger zufällig, wieder in der Oberliga gelandet, wenn man es so sagen darf. Wie hat sich die Oberliga verändert in den letzten Jahren? Ja gut, ich spiele jetzt auch noch nicht so lange Oberliga, also das ist jetzt mein drittes Jahr, das ich jetzt in der Oberliga mitspiele. Und ja, ich würde sogar sagen, dass es spielerisch ein bisschen schlechter geworden ist, aber läuferisch vom Tempo her doch besser geworden ist. Weil halt auch viele junge Spieler jetzt wirklich zum Einsatz kommen, die laufstark sind und halt viel Tempo reinbringen. Ich glaube, dass das spielerisch, dass das schwächer geworden ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es nur noch zwei Ausländer erlaubt sind. Das auch, ja. Damals waren es ja fünf, oder am Anfang waren es sechs, dann waren es fünf und jetzt sind es bloß noch zwei. Das ist ein Grund, ja. Die letztlich die Qualität wahrscheinlich reinbringen in das Ganze. Profitiert man davon, wenn man viele Ausländer im Team hat? Oder fällt man eher hinten runter, wenn man sagt, die Ausländer spielen überzahl, die spielen unterzahl, da komme ich als Junge sowieso nicht dran? Also als junger oder als junger Spieler profitiert man davon, wenn es weniger Ausländer sind, klar. Weil dann spielt man mehr. Ich finde es aber im Endeffekt ganz gut, dass es weniger Ausländer sind, weil das deutsche Eishockey muss auch schauen, dass es weiterkommt. Und das geht halt nur, wenn die jungen Spieler auch wirklich spielen und nicht in der dritten Liga dann auch noch sechs Ausländer erlaubt sind, die dann einfach sozusagen das ganze Spiel machen. Es muss halt auch Deutsche geben, die wirklich die Führungspositionen dann übernehmen und mal was antreiben. Maxi, bei dir habe ich eine ganz besondere Frage. Deine Schwester Kathi ist ja jetzt auch in aller Munde, ist an Leukämie erkrankt und es laufen großartige Hilfsaktionen überall. Es war auch dieses Spiel, Hilfe für Kathi war da gegen Rosenheim. Für mich tolle Sache, 650 Zuschauer da. Und dann gab es dieses Penaltyschießen und du, war das deine Idee, dass du Penaltyschießt oder hat dich der Trainer hingeschickt? Nein, ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Die Teamkameraden haben dann gesagt, ja, lasst du Maxi schießen. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Der Markus hat mich dann aufgeschrieben. Dann hat es auf einmal geheißen, ja, Maxi, ich fange an. Du musst nicht schießen. Und du warst dann letztlich der Einzige von Erding, der verwandelt hat? Ja, im Endeffekt schon. Aber ich habe halt auch einfach geschossen. Und was ist dir da in dem Moment durch den Kopf gegangen? Ja, ich habe eigentlich, ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt laufe ich einfach hin und schaue, was rauskommt. Also ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Was sagst du Felix? Ja, im Training wechseln Max und ich und immer ab, der Arsch der Woche wird im Endeffekt. Ich muss sagen, Arsch der Woche ist der behalte Schießen, der lässt er trifft, der muss dann das rosa Trikot tragen im nächsten Training, oder? Und da läuft er hin und macht einfach rein. Was war denn so der Höhepunkt im Eishockey-Leben? Bei dir kann ich mir das vorstellen, Felix, es waren die zwei deutschen Meisterschaften. Maxi, bei dir war es von der Mannschaft her, wie du gesagt hast, diese Endrunde um die deutsche Meisterschaft, bei dir die U20. Aber gibt es denn irgendwas Persönliches, dass ich sage, das war das Spiel, das ich von mir persönlich nicht vergessen werde, weil es besonders schlecht war, weil irgendwas besonders daneben gegangen ist, oder weil es einfach irgendwas Besonderes war. Was sagst du, da denke ich so oft noch zurück, Flo, du, nix? Ja, das war das DNL-Finale, also deutsche Nachwuchsliga-Finale, haben wir gegen Mannheim gespielt, mit Hölz, und haben wieder heimgespielt, das erste Spiel. Und dann ging es in die Overtime und da habe ich das Golden Goal geschossen, also das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Bei dir, Maxi, war es der Penalty? Ja, ich würde eher sagen, das war damals, da haben wir, wenn wir um die deutsche Meisterschaft gespielt haben, gegen Ringsburg, da waren wir auch im Penalty schießen, und da habe ich nicht so gut den Penalty geschossen, also es war eher versagt. Ja, versagen kann man beim Penalty nicht sagen, weil es ist... Ja, wenn man nicht mal das Tor trifft, dann... Ja, das ist schon auch nicht passiert. Felix, bei dir irgendwas Besonderes? Ich denke, es gab zwei Spiele, es war einmal, auch letztes Jahr beides, war einmal das Spiel, das letzte Spiel gegen Mannheim, das dritte Spiel, das wir dann gewonnen haben für uns, und das zweite war das letzte Finalspiel in Rosenheim, beziehungsweise das ganze Finale gegen Rosenheim, bei dem wir jedes Spiel um die 2.500, 3.000 Zuschauer hatten, und das war Wahnsinn, und dann auch noch Deutscher Meister werden am Ende, das war, glaube ich, dann der Höhepunkt von dem Ganzen. Ja, jetzt muss ich natürlich noch fragen über die Gladiators. Felix hat es vorher schon gesagt, eigentlich geht die Saison jetzt erst so richtig los. Was glaubst du, was muss sich ändern, oder was glaubst du insgesamt, was sollte der TSV Erding, beziehungsweise die Gladiators unbedingt in der Oberliga bleiben, oder soll man sagen, ach, gehen wir lieber wieder runter, machen wir einen neuen Anlauf dann im nächsten Jahr? Wie ist da deine Meinung dazu? Ich finde, wir sollten auf jeden Fall drinbleiben. Also, das Lehrgeld haben wir jetzt erst einmal gezahlt. Nächstes Jahr schaut es bestimmt wieder anders aus, das ist eigentlich klar. Also, was heißt klar, es ist einfach ein normaler Prozess, den jedes Team, jedes frische Team durchgehen muss, und naja, im Endeffekt kann es noch besser werden eigentlich. Maxi, wie schaut es bei dir aus? Siehst du das auch so? Ja, die Herausforderung der Oberliga ist einfach... Ja, wie der Felix schon gesagt hat, das Lehrgeld haben wir heuer, soll nächstes Jahr kommen es bloß besser werden. Flo, du? Ich finde auch, dass die Oberliga auf jeden Fall der richtige Schritt war für Erding, und dass man das auch beibehalten soll, dass man in der Oberliga bleiben soll. Weil, ja, wie gesagt, das Lehrgeld haben wir gezahlt, und nächstes Jahr geht es dann wieder von neuem los, und dann, wenn es vielleicht noch ein paar mehr Mannschaften sind, wird es vielleicht auch ein bisschen... also, dass es nicht nur einen neunten Platz gibt, sondern dass er bis zum zwölften Platz runter geht, und dann wird es auch wieder ein bisschen spannender, denke ich. Ja, inwieweit ist der Modus ermüdend, in Anführungszeichen? Ja, wenn es viermal nach Passau fahren muss, in das kalte Stadion, und dann einmal davon bei minus 20 Grad spielst, irgendwann hängst du da dann zum Hals raus. Habt ihr das, seht ihr das auch so, oder macht euch das Spaß? Naja, ich finde, wenn man die auch, wie er jetzt die letzten sieben Spiele viermal gegen Deggendorf spielt, im Endeffekt, oder dreimal, das ist dann irgendwie schon ein bisschen... Also, das hat kein Playoff-Charakter, so... Nein, gar nicht, irgendwie, es ist einfach nur, ja, gegen den Spiel sind ja gegen Deggendorf, und am nächsten Mal, dann sagst du dann wieder ja in Deggendorf, und dann wieder nach Hause gegen Deggendorf, also irgendwie, wenn es jetzt Playoffs wären, wäre etwas anderes, da wäre ja ein ganz anderes Feeling, aber so, ist es halt, im Endeffekt, also, wie soll man das sagen, es ist nicht fahrt, aber es ist halt, es fehlt halt die Abwechslung irgendwie, also... Ich glaube, letztes Jahr war es doch so, dass Tölz zwölfmal gegen Klostersee gespielt hat, dann mit Playoff und das war abenteuerlich irgendwie. Ja, gibt es noch irgendwas, was ich loswerden wollte? Einen Wunsch, vom Sportlichen her, Grüße an die Tante. Oder seid ihr jetzt momentan wunschlos glücklich? Äh, ne, aber ich wollte eigentlich nur unseren Fans mal danken, weil, also, ich bin positiv beeindruckt, sehr positiv beeindruckt, ich habe das bis jetzt noch nirgendwo so erlebt, dass auch wenn man so viele Spiele verliert, und ab und zu auch nicht wirklich so toll spielt, dass sie immer noch so viele kommen, und uns anfeuern, also das ist schon Respekt. Du, Maxi? Ja, ich würde mich auch gerne bei den Fans, und vor allem auch beim Verein bedanken, nur nochmal wegen der Spielhilfe, über Kati und alle Aktionen, die da auch außen rumklaffer sind, also, okay. Felix, du bist der Letzte. Der Größte ist der Letzte. 2,3 Meter. Ich schließe mich am Floh an, also, ähm, das ist wirklich Wahnsinn, man kann totalen Schmarrn spielen, und die Fans stehen trotzdem hinter einem, und es hört niemals auf, dass du gar ein gesamtes Spiel auf, wenn du 5-0 zurücklegst, das ist wirklich Wahnsinn, und ich hoffe, dass es so weitergeht, jetzt die letzten Spiele, dass wir noch sauber das Haus daheim vollkriegen, und dann vielleicht noch ein paar Sieger einfahren. Gut, ich denke, die Fans sehen auch, dass ihr wirklich reinhängt. Ich denke, dass der Fan an sich, der gemeine Fan, wie man so schön sagt, schon ein Gespür hat, ob sie eine Mannschaft hängen lassen oder nicht, und ich habe auch den Eindruck, bei euch kann ich es nicht feststellen, es ist zwar mal Reifenplatzer dabei, wie der Franz Stieres formulieren würde, wenn ich das 2-6 gegen Klostersee zum Beispiel anschauen, war für mich persönlich die größte Enttäuschung der ganzen Saison, aber dafür wird man auch entschädigt, mit so Spielen wie in Passau, bei 20 Grad Minus, oder jetzt hier gegen Deckendorf, oder daheim gegen Peiting, oder, oder, oder. Jetzt müsst ihr den Tölz schlagen, dann habt ihr jeden Gegner mindestens einmal geschlagen, und dann hoffen, dass wir in der Oberliga bleiben. Ich wünsche euch persönlich alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Sportlich, familiär, beruflich, und natürlich, wie gesagt, nächstes Jahr bei der Oberliga. Hoffe, dass wir uns alle wieder sehen. Ich auch. Vielen Dank, das war der Gladiators Talk, mit unseren drei, Florian Engel, Maxi Hellmeier, und Felix Kürten, und wir sagen Servus. 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 Vielen Dank.